Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan, die Führung jetzt. Konzept geht raus, Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel auftreten. Jonathan, ein guter Mann. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, das ist gut. Und jetzt die Schoß. Tor für die Eintracht. Jetzt wieder ein. Frankfurt mit dem Tor. Nikolai Müller. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert. Untertitelung des ZDF für die Eintracht. Untertitelung des ZDF für die Eintracht. Untertitelung des ZDF für die Eintracht.